wir probieren die turbo taktik 30 spins turbo aber nicht auf 30er sondern auf 100er kommt wenn das klappt wäre geil 10 spins 1000 euro weg wir sind drin auf 100er 1000 euro weg dafür jetzt auf 100 drin und bitte jetzt bitte jetzt die großen füsche bitte kommt so fucking 100 einfach drin so fucking bitte lass das jetzt was werden turbo taktik hat man wieder zugeschlagen aber wo sind die angler die angler müssen jetzt zuschlagen ja und schon hat sich gelohnt es hat sich schon mal gelohnt 1700 schon mal kommen fünf spins drei angler noch die wir brauchen haben noch ein bisschen vor uns als zwei direkt die angeln auch jeweils zweieinhalb das sind die nächsten fünf ja ja organ stark geangelt wirklich ganz stark geangelt 5000 fast jetzt noch einen angler jetzt jetzt den brauchen wir heute wenn wir den kriegen und auf mal zwei kommen auf monata kommt bitte wenn ich schon mal von hat er drin bin will ich bitte auch auf mal zwei kommen nein bitte jetzt im letzten bin bitte lass mich auf mal zwei ja mal zwei im letzten spät wäre der trend jetzt mein herz hat es wieder so spannend gemacht 7000 drauf auf der uhr zehn neue frische spins auf mal 204 euro einsatz kommt jetzt mehr angeln ich will mehr angeln und mehr fische dicke fische so ein 2000er würde hochkommen drei deadspins wo sind die angler vier deadspins wo sind die angler kommen mach kein mist macht kein mist wenigstens ja jawohl die nächsten drei vier schon 10.000 euro freispiel und wir haben nur 10 spins dafür gebraucht 10k schon drauf kommen weiter weiter ja nur kleine fische ok aber nächste angler wenn wir es noch auf mal drei schaffen wir ganz wild vier spin zwei angler noch kommen sie junge zieh 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 drei spin zwei angler jetzt wird zwei angler zwei spins ne ok wir kommen nicht auf mal drei mach vielleicht noch mal ein wenigstens ja aber fünf und okay noch mal ein tausender noch mal tausende schade einer hat gefehlt fünf mal drei aber bam zwölf mal zwölf mal die turbo taktik wieder bei bigger bass wieder zugeschlagen oh wieder mal fünf und jetzt mal zwanzig mal zwanzig mal zwanzig mal zwanzig mal zwanzig oh mein gott was das funktioniert heute super wieder geschafft ich will nichts hören ich will ich gehe lieber schon in deckung ich gehe lieber schon in deckung wer hat geschrieben wie dumm kann man sein wer war das hier wo ist der name gynäkologe 100x jetzt in die fresse auf geht's attacke guckt euch den multi an guckt euch den multi an oh alge direkt macht münzen jetzt oder nicht münzen werden brutal low symbole low symbole aber selbst die zahlen ja schon ordentlich 500 stellt euch das mal mit dicken symbolen vor fisch münzen bitte rein münzen neue perfekte alge ganz oben perfekt perfekt ja hier gibt es die nächsten gelder schmeckt schmeckt ja vertraut doch so spielt man den so 1500 schon drin weiter geht es hier die wilde fahrt grüne fischerein weil perfekt freunde vertraut doch nächsten 500 2k schon drauf auf dem 2 ja schon 1000x weiter immer weiter münzen vier stück kommt jetzt ne schöne rein ne hunderter dick nein hallo bronze egal das sind wieder 500x nächsten 1000 euro über 1000 euro nächster tausender oh das ist gemein nur bronze münzen auf dem 100er multi aber egal wir sind schon bei drei weiter geht's kurz unterbrechung des videos ich hoffe euch hat das video bis hierhin gefallen wenn ja lass gerne mal ein like da schreibt in die kommentare was ich mal für ein slot spielen soll und wenn ihr kein video oder stream mehr verpassen wollt dann auch gerne ein abo wird mein team und mich sehr freuen vielen dank dafür und weiter geht's jetzt mit dem video noch eine alge wer jetzt wird wieder einer von ganz oben oder münzen 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 oh blau nein mach doch blauen fisch egal noch 150 komm münzen jetzt münzen der macht immer nur die los im bullrennen macht gar keine fische in die algen ne ja komm gibt noch mal eine alge ganz oben rein gibt noch mal von ganz oben eine alge schade dass jetzt gerade zwei reingemacht hat die aber schon sehr weit unten waren die waren ja weiter unten als unsere eigentliche alge hier links komm eine von ganz oben nochmal letzte chance letzte chance alge ja weiter geht's weiter geht's ups wow roter fisch beste symbol leider nur dreier linien aber der wird auch schon gut zahlen der gute der rote fisch der muss auch schon tausender zahlen oder lauf 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 tausend weiter lauf lauf hört auf tausend 200 egal immer weiter immer weiter so macht der slot spaß ich weiß schon warum ich den auf mal 100 bekommen wollte ich weiß schon warum ich das gemacht habe komm neue alge neue alge neue alge neue alge jetzt macht er glaube ich feiern jetzt hat er über 2000 x gezahlt ne auf zwei euro viereinhalb hier ist eine brutale nummer letzte chance jetzt auf eine alge ja jetzt macht er schluss top auf nen zweier vier sechs hier rausgeholt bei razer was willst du mehr was willst du mehr geiles ding das lief doch wie am schnürchen so haben jetzt schon bei 11 man kommt das maxim oh wir sind wieder drin mit fünf spins oh ich glaube das wird nie kommen ganz hinten sehr gut das heißt das gibt hier wieder bestimmt 6 7 800 euro oder so 600 okay erste geld dann sind wir gleich erstmal wieder bei 12.000 oh jawoll zwei stück das zahlt freunde das zahlt das zahlt das zahlt der wird zahlen der wird zahlen so wie viel ist jetzt die frage wie viel es wird auf jeden fall der größte gewinn des abends ich lasse ihn mal hoch zählen komm lauf junge lauf 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 ich will ja 5000 sehen wenigstens 5 weiter 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 komm lauf mach 10k voll 10.000 11 12 13 14 15 wie viel ist das wie viel ist das 20 let's go 22.000 abfahrt abfahrt jetzt sind die slots noch eins 22.000 bitte wieder so geile hits wie gestern ich gebe mir mühe para ich gebe mir mir kannst du mal ein stream machen mit den klassikerspielen die man früher gespielt zum beispiel white frames oder feierende hole ja auch wieder spielen ne 150 schonmal komm jetzt großer multi 10er bloß ist der niedrigste leuchtet eh bloß eine lampe komm jetzt noch mal zwei lampen leuchten zwei lampen dreißiger multi zwei lampen leuchten komm jetzt attacke 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 einweit haben wir schon mal drinnen okay gut ah warum bloß da warum nicht vorne egal der muss doch trotzdem gut zahlen ey der muss trotzdem gut zahlen oder doch locker 2000 wieder oder bei so vielen whites mit 30er multi komm jetzt explodiere ich dich boah 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 attacke 10.000 12.000 euro auf 80 cent auf 80 cent yes yes auf 80 cent 12k 5 connectet noch irgendwas ne ne ah doch da connect noch mal was ne naja gut die positionen sind schwierig und wir wissen alle retro hat irgendwie keine lust mehr den maximen rauszauern Ben hat schon angst um seine 30.000 ne mit denen spiele ich nicht auch kommen wenn wir jetzt hier den weg nach unten finden oh wow 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 okay wir haben eine 50er münze dran wenn er jetzt die anderen dran connectet easy maximum komm ey der hat überall die anschlusschancen überall überall da ist die nächste komm jetzt da oben noch bitte eine noch da oben eine noch da oben bitte dann hätten wir es schon ja oder ne ich glaub wir bräuchten beide komm mach noch ha letzter spin mach doch noch eine von bei jawoll freunde er ist dabei fast maximum ist das das könnte sogar ne warte mal ich glaub das ist er sogar ich glaub das ist er sogar freunde ist der maximum es ist er easy er ist dabei maximum maximum es geht doch noch first try erster versuch maximum ist da das war cringe juhu geil 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 so holen wir mal hier noch schnell den maximum wir haben ja grad erst 12.000 bei dem anderen plat gewonnen jetzt holen wir hier halt noch schnell 10.000 und freunde es ist heute wirklich auch die glückskette am start ja immer ab und ab r f el who die i wie wie ihr wo